Ja, wie bewerbt ihr euch bei uns, falls wir euch dazu anregen konnten? Und zwar, wir haben nicht immer alles ausgeschrieben an Stellen, was wir gerne besetzen möchten oder vielleicht auch auf anderen Kanälen, wo es sich nicht gerade findet. Einfach auch Initiativbewerbungen gerne durchschicken. Ihr habt da mehrere Möglichkeiten, die alle dann in den Text drin stehen werden. Aber mal um ein paar zu nennen, ganz klar den Lebenslauf per E-Mail durchschicken. Was wir auch gerne mögen, ist, wenn ihr einfach mal eine Videoaufnahme, zum Beispiel von YouTube, wie ihr einen Vortrag haltet, durchschickt oder als Beispiel ein Blog-Eintrag oder ein GitHub-Projekt, auf das ihr besonders stolz seid, von dem ihr sagt, oh, ich glaube, da konnte ich wirklich so ausdrücken, in was ich gut bin, was ich gut mache und so weiter. Und dann schickt das einfach durch, wir schauen uns das an und wir melden uns dann bei euch.